Oh, tut mir leid wegen der Musik. Heute habe ich für euch Lego Five Nights at Freddy's von verschiedenen Teilen. Ich überviewe die heute ganz kurz noch. Da habe ich meinen Nachtwächter mit der Freddy-Maske. Ich hatte keine Bären-Maske, also habe ich eine Lego-Chima-Löwen-Maske genommen. Der hat da zwei Pistolen, eine blaue Hose. Die habe ich heute geschenkt bekommen, weil ich keine hatte. Da ist ein bisschen der Körper. Den geben wir zur Seite und kommen zum nächsten. Da ist Balloon Ball. Ja, den habe ich nicht so gut gemacht, aber ich hatte einfach nur Konzentration für die anderen. Balloon Ball hatte ich nur so gebaut. Mit dem Ballon, dem kleinen, ganz kurz nur. Ja, sieht echt nicht so cool aus. Als nächstes haben wir das da. Damit kann man das Licht ausmachen. Damit Stromausfall, damit die Taschenlampe und damit andere Sachen. Da ist das Kind von Five Nights at Freddy's Fier, das man spielen muss. Ja, das habe ich nur ganz klein gebaut. Ja, ein bisschen grünes Leiball, weiße Schuhe und Hose. Da geben wir den auch zur Seite. Und da haben wir den letzten schon. Nightmare Foxy vom vierten Teil. Da ist die Schnauze. Da ist ein bisschen Graues, das bei ihm so kaputt ist. Beim Maul. Ups. Und da sind die Ohren. Da ist das Haar. Da sind die Augen. Da ist ein gebrochener Arm. Eigentlich hat er so einen nicht, aber ich hatte vergessen, den Arm reinzugeben. Da ist das Maul. Kann er öffnen. Jetzt. Ja. Man kann auch das Kind auf den Maul nehmen. Wartet. Okay, weiter. Da hat er das Kind im Maul genommen. Da habe ich noch ein bisschen Blut angemalt mit einem Stift. Da hatte ich weiße Füße von einem Klon-Truppen, aber ich hatte keine schwarzen Füße. Habe ich. Aber die habe ich verloren. Ja, die habe ich, aber die kann, habe ich nicht gefunden. Also hatte ich die schwarz angemalt. Oh! Und, ähm, ja. Das war es schon auch gleich. Vielleicht mache ich mal in ein paar Stunden oder ein paar Tagen ein Video, wie man den baut. Tschüssi! Okay, okay. Ist jetzt peinlich. Tschüss! Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte abonniert mich. Sag mir dann, wen ich als nächstes bauen soll. Also, ich sage euch, wie ich eine Animatronik bauen soll. Wer die meisten Kommentare geschrieben hat, zum Beispiel, einer möchte Chica oder einer möchte Ferdi. Wenn einer am meisten Chica schreibt, schreibt und schreibt, dann heißt es, ich mache Chica. Wenn einer uhrlange Ferdi schreibt, dann werde ich Ferdi machen. Tschüss!